Schön, dass Sie unsere Nummer gewählt haben. Ich bin Hildegard Renovance-Grützmacher, war früher Krankenhauspfarrerin und lebe jetzt im Ruhestand in Gomaringen. Leonie, zwei Jahre alt, bekommt einen Bruder. Der Großvater kommt zu Besuch und bringt den Eltern ein Geschenk für den Neugeborenen Frieder mit. Natürlich bedenkt der Großvater auch Leonie, sie bekommt auch ein Geschenk, ein Bilderbuch. Das schaut sie sich gerne an. Sie bedankt sich und sagt zu ihrem Großpapa, ein Geschenk reicht nicht. So groß war ihr Schmerz, spüren zu müssen, dass sie die Liebe der Eltern künftig teilen muss mit diesem kleinen Wesen. So gekränkt war sie, so enttäuscht von diesem Baby, dass ein Geschenk das nicht wieder gut machen konnte. Ein Geschenk reicht nicht. Wie gut, dass die kleine Leonie dies wenigstens sagen konnte. Von einem Geschenk redet der Lehrtext für heute aus dem Römerbrief, Römer 5. Paulus hat als erster christlicher Theologe das Kreuz Christi theologisch reflektiert. Ihm verdanken wir diese Glaubensgewissheiten. In Kürze fasse ich sie so zusammen. Wir müssen es Gott nicht recht machen, ihm nichts opfern, ihn nicht für uns gewinnen. Gott hat uns gewonnen, er kommt uns entgegen. Wir sind erwählte Brüder und Schwestern. Wir sind ihm nichts schuldig, weil Christus für immer alle Schuld auf sich genommen hat. Das ist das große und eine Geschenk, das für ein Leben reicht. Aus diesem Geschenk leben darum geht es für uns als Christen und Christinnen. Es ist nicht bedeutungslos, wie wir leben. Ich kann nichts sagen. Ich bin ohne Schuld, egal wie ich mich verhalte, also kann ich ruhig auf Kosten anderer leben. Gott liebt mich, also lebe ich in Saus und Braus. Das kann ich auch nicht sagen. Das wäre billige Gnade. Das wäre Missbrauch der Gnade. Aus diesem einen Geschenk leben heißt, in Gottes Liebe bleiben. Und gar nicht anders können, als immer wieder fragen, wie kann die Liebe hier in dieser Situation zum Tragen kommen. Und wie sieht das für die zweijährige Leonie aus? Sie wird durch die Liebe ihrer Eltern spüren, dass sie genauso wertvoll und geliebt ist wie ihr kleiner Bruder. Die Liebe ihrer Großeltern wird sie auch brauchen. Und dann wird sie offen sein für das Geschenk Gottes. Sie wird lernen, dass weder Kränkung noch Schuld, weder verletzt werden noch andere verletzen, sie trennen kann von der Liebe Gottes, die ihr ihre Würde gibt. Sie wird lernen, dass dieses eine Geschenk reicht für ihr ganzes Leben. Haben Sie einen guten Tag mit herzlichen Grüßen.